Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, zu diesem Pressestatement heute mit Donald Tusk, dem Präsidenten des Europäischen Rates, Bosko Borisov, des Ministerpräsidenten der Republik Bulgarien und derzeitiger Ratsvorsitzender und Bundeskanzler Sebastian Kurz, der künftige Vorsitzende des Rates. Herr Bundeskanzler, bitte. Das funktioniert, oder? Dann nehme ich das. Sehr geehrte Damen und Herren, vor allem aber lieber Boiko Borisov und lieber Donald Tusk, ich freue mich sehr, dass wir euch heute hier in Österreich begrüßen dürfen. Ich darf mich ganz herzlich für euer Kommen bedanken und ich freue mich, dass wir dieses Zusammentreffen nicht wie sonst meistens in Sitzungssälen haben, sondern dass wir dieses Zusammentreffen heute hier in der schönen Steiermark mit einem wunderschönen Blick über unser schönes österreichisches Land, über unsere schöne Republik hier gemeinsam genießen dürfen. Ich darf Ihnen sagen, dass wir stolz und froh sind, dass wir mit 1. Juli den Ratsvorsitz in der Europäischen Union übernehmen dürfen. Das ist eine große Ehre für uns, das ist aber auch eine große Verantwortung für uns, denn wir wissen, dass das internationale Umfeld im Moment ein schwieriges ist. Spannungen mit Russland, eine unberechenbar gewordene Situation in den USA und auch innerhalb der Europäischen Union, die Herausforderung, dass mit dem Brexit erstmals ein Land freiwillig die Europäische Union verlässt. Wir wollen den Ratsvorsitz nutzen, um Brückenbauer in der Europäischen Union zu sein, Spannungen innerhalb Europas wieder abzubauen und so sicherzustellen, dass die Europäische Union eine starke ist. Wir wollen vor allem einen Beitrag dazu leisten, dass wir ein schlankes, aber auch ein geeintes und vor allem ein fokussiertes Europa schaffen. Und wir wollen einen Schwerpunkt setzen auf das Thema der Sicherheit. Wir wollen ein Europa schaffen, das schützt. Ein Europa, das zum einen uns Sicherheit gibt, aber das natürlich auch den Wohlstand absichert, der in Europa geschaffen und aufgebaut wurde. In all diesen Bereichen wollen wir als Ratsvorsitz einen Beitrag leisten. Erfolgreich können wir natürlich nur sein, wenn es eine starke Zusammenarbeit gibt von allen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union. Eine gute Zusammenarbeit mit Donald Tusk, mit Präsident Juncker, aber auch mit dem Europäischen Parlament. Wir sind uns der Verantwortung bewusst. Wir wollen Gastgeber in unserem schönen Österreich sein und wir sind froh, wenn wir nach den sechs Monaten sagen können, dass wir einen positiven Beitrag für dieses schöne Europa geleistet haben. Vielen Dank, lieber Beukow, für die tolle Arbeit, die Bulgarien in den letzten sechs Monaten geleistet hat. Vielen Dank, Donald, für die gute Zusammenarbeit auch schon in der Vorbereitung. Wir sind uns bewusst, dass die Verantwortung groß ist, aber ich kann Ihnen auch sagen, wir freuen uns darauf. Wir dürfen kurz zusammenfassen auf Bulgarisch und auf Englisch. Bitte. Vielen Dank, dass wir, dass wir uns die Das ist das, was wir hier in der Präs-Konferenz, um nicht zu verabschieden, um unsere Gäste in einer zusätzlichen Zelle zu verabschieden, sondern um sie hier in der Herz von der Absturzungen, in der Sturzungen der Sturzungen. Wir sind sehr glücklich, dass wir auf 1 Juli auf die Vorabschiedung können wir die Vorsitzung der Europäischen Union. Für uns das ist das glücklich und wichtig. In dem Moment Europa befindet sich in einem schwierigen und schwierigen Situation. Die Situation ist nicht schwer. Es gibt verschiedene Regeln mit Russland, mit den USA und den USA. Und auch die Europa erleben und die Auslösung der Vereinigung von der Europäischen Union. Wir wollen uns ein Land werden, die sich in den USA verabschieden. Wir wollen uns die Regeln zu machen. Wir wollen uns ein sehr starkes Vereinigungsvolles Vereinigungsvolles Vereinigung. Wir werden uns versuchen und werden uns ein Verlöser, ein sicherer, gemeinsamer und fokussierter Europa. Unsere Motto ist die Europa, die die Sicherheit schützen. Aber unsere Motto ist die Europa, die sich für die Gesundheit für ihre Bürger. Wir arbeiten sehr erfolgreich mit der Europäischen Union, mit der Europäischen Kommission und der Europäischen Parlaments. Wir freuen uns, dass wir uns auf die nächste Redaktion zu können. Und wir arbeiten sehr intensiv durch diese sechs Monate. Vielen Dank, Boyko, für die wunderbare Arbeit, die Bulgarien betrifft bei der Zeit des Präsidenten. Vielen Dank, Donald, und für Ihre Arbeit. Vielen Dank, und für alle die Mitglieder. Danke. Bitte sehr. Danke, Mr. Lansky. Erstens, möchte ich herzlich willkommen Boyko Borisov und Donald Tusk in Österreich. Ich bin sehr glücklich, dass Sie uns hier in Stere. Und ich bin auch sehr glücklich, dass das nicht wieder in der usualen Boardroom setting ist, aber auch in der beautifulen Landschaft von Stere, mit einem schönen Blick über Austria, unsere Republik. On 1st June, Austria will take over der Presidency in der Council der Europäischen Union. Und das ist etwas, was uns sehr stolz. Es ist ein Privileg, und es ist ein Responsibility. Denn es kommt an sehr schwierig, wenn wir nur die Situation mit Russland mit den USA, mit den USA, für zum Beispiel. Und auch, wenn wir die Faktik, dass Brexit wird die erste occasionen von einem Land eigentlich leaving die Union von ihrem eigenen Wahl. Wir wollen diese sechs Monate in order to build bridges in der Europäischen Union und zu reduzieren tensions in der Union. wir wollen eine Efficiententen, unbietend und fokussed Europäische. Wir wollen auch eine Quelle auf Bildung auf Bildung einem Europa, das Motto ist, unseren Presidency. Und zu machen Europa eine Protective Union, wir brauchen die Protschaften und Präsenz, und然 um Sicherheit aber noch dazu. Das ist nur möglich, wenn wir mit allen Ländern in die Europäische Union Cooperate, and if we get successful cooperation in place also with President Tusk and with the European Parliament and Mr Juncker. We are well aware of our responsibility and I hope very much that after six months we can stand here and say that it has been a successful time. I would like to thank Boiko and Donald for their cooperation and their support and I would like to thank Boiko for everything he has done in the past six months. I look forward to our presidency. Thank you, Madam. Mr. Prime Minister, yeah, Minister Baselian. Dear Donal, dear Mr. Quartz, thank you very much for bringing us here together. We are here at a very beautiful location that we have the privilege and honor today to stand in. And as you have mentioned, the logo that you have chosen for your presidency is a Europe that protects. But we can ensure that protection only when we stand united, all of us. Thank you very much. Thank you very much. And here, I would like to highlight that, in this regard, what I have made, made it an aim to do together with my team is during our presidency to constantly keep informed the Austrian side and to speak to Sebastian about our common priorities that we share, including on the digital agenda, including also on issues related to security and migration, and also ensuring social Europe. And my main aim has always been to be able to exchange that information, to inform about what we have managed to achieve, in order for us to accumulate these achievements and the progress, so that Austria can then take it further. We, during the next six months, still remain part of the Troika, and we will always remain at your disposal, should you need any support from our side or any opinion that you would like us to share. And here, I would like to say again, thank you to Sebastian and to Donald. We will remain ready to stand together with you and to be able to truly achieve a Europe that protects and that serves the interests of the citizens. Mr. President, please. I would like to thank the Chancellor for his hospitality and wish him all the best with Austria's EU presidency. There is a huge amount of work to be done and limited time, but I feel we could not be in a better hands. Given its location, Austria has always been at the heart of Europe, a meeting point between east and west, south and north. Thanks to this central role, Austria has become an essential bridge builder in the EU, not just economically and culturally, but also politically. And I know that you, Sebastian, given your own experience and past, will have a great sense in your heart as well as mind of how to make this bridge-building presidency a success for all of Europe. Austria's motto for its EU presidency is a Europe that protects. You could not have chosen a better motto, in my opinion. The need for security, as old as humanity, manifested itself with all its force during the migration crisis. The people of Europe expect us, and they have done for a long time, to show determination in our actions to restore the sense of security and order. People want this, not because they became xenophobic and wants to put up walls against the rest of the world, but because it is the job of every political authority to enforce the law, to protect its territory and the border. As our summit in the past days has shown, we are all working hard to ensure that the very words European Union are associated with stability, not instability. Security, not a lack of security. Above all, we must be united in this effort. And here I am, of course, counting on you, Sebastian. As a faithful reader of the works of your great compatriots, such as Karl Popper and Friedrich August von Hayek, I would like to warn all those who look for order and security in their public life not to do it at the cost of freedom. In the history of Europe and Austria, of Poland and Bulgaria, the road to security has all too often become the road to serfdom. Finally, I am also pleased that the presidency will focus on securing stability in Europe's neighborhood. As the saying goes, a good neighbor is better than a distant friend, especially today when we do not have that many distant friends. Thanks to the efforts of Boyko, we have made good progress in strengthening the European perspective of the Western Balkans. I have no doubt that Austria will build on this legacy. Alles Gute, Sebastian. Thank you, Herr Präsident. And here I would like to just add one thing, just a moment, because the world is all about soccer over the past few weeks. So please allow me now to hand over a flag, much like the soccer flags, to Sebastian. Thank you, Herr Präsident, Herr Ministerpräsident, Herr Bundeskanzler und danke Ihnen sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank.